Drohnenaufnahmen sind besonders in Unternehmensfilmen extrem beliebt. Aber für viele Drohnen brauchst du einen Drohnenführerschein. In diesem Video zeige ich dir, wer ihn in 2023 und ab 2024 braucht, wie du ihn beantragst und worauf du sonst noch achten musst, wenn du Drohnenaufnahmen in deinem Imagefilm verwenden willst. Mein Name ist Alexander Lorenz. Als Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNap gebe ich dir auf diesem Kanal regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videoproduktion. Wenn dir das Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Für unsere Kunden setzen wir Drohnenaufnahmen regelmäßig ein und sind deshalb immer auf dem neuesten Stand, was aktuelle Regelungen und Vorschriften angeht. Passend zum Inkrafttreten der EU-Drohnenverordnung am 01.01.2021 haben wir bereits ein Video zum Thema Drohnenführerschein veröffentlicht. In der Zwischenzeit haben sich aber ein paar Dinge verändert. Eine wichtige Übergangsfrist für die Nutzung älterer Drohnen zum Beispiel, aber auch das Angebot an Kursen und natürlich die am Markt verfügbaren Drohnen selbst. Grund genug für uns, dir mit diesem Video einen geupdateten Überblick zu geben. Nach wie vor bildet die EU-Verordnung zum Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge, die sogenannte EU-Drohnenverordnung, die Grundlage für alle Drohnenflüge in der EU. Sie definiert Risikoklassen und Anwendungsszenarien mit Unterkategorien sowie die Pflicht für Piloten, einen Drohnenführerschein abzulegen. Den gibt es in zwei Ausführungen. Erstens als EU-Kompetenznachweis, besser bekannt als kleiner Drohnenführerschein, und zweitens als EU-Fernpilotenzeugnis, dem sogenannten großen Drohnenführerschein. Die Prüfung für den kleinen Drohnenführerschein wird online abgelegt und ist fünf Jahre gültig. Sie besteht aus ca. 40 Multiple-Choice-Fragen. Den Schein erhältst du als PDF-Datei. Später im Video zeige ich dir, wo genau du ihn beantragen kannst. Den großen Drohnenführerschein kannst du nur bekommen, wenn du den kleinen bereits hast. Neben 30 Multiple-Choice-Fragen ist hier auch ein praktisches Selbsttraining im offenen Feld nötig. Wichtigster Unterschied ist aber, dass du ihn bei einer zertifizierten Prüfstelle ablegen musst, und das ist nicht umsonst. Auch dazu erzähle ich dir später noch ein bisschen mehr. Um zu verstehen, für was du welchen Drohnenführerschein brauchst, müssen wir uns die Begriffe Risikoklassen und Anwendungsszenarien etwas genauer anschauen. Grupp gesagt beschreiben die Risikoklassen, was deine Drohne kann, also z.B. wie schwer sie ist oder wie schnell und wie hoch sie fliegen kann, und die Anwendungsszenarien, was du damit machen kannst bzw. darfst. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie nah du an Menschen herankommst. Für Kameradrohnen sind die Risikoklassen C0 bis C3 relevant. Hersteller können ihre Drohnen in diesen Klassen zertifizieren lassen. Problem dabei aber, noch gibt es kaum Drohnen mit diesem Zertifikat. Stattdessen sind noch viele Bestandsdrohnen im Einsatz. Für die gibt es eine Übergangsregelung, die war ursprünglich bis zum 01.01.2023 befristet, wurde aber bis zum 01.01.2024 verlängert. Ob es eine weitere Verlängerung geben wird, ist nicht bekannt, aber eher unwahrscheinlich. Zur Übergangsregelung und zur Frage, was nach 2024 mit alten Drohnen passiert, später mehr. Was die Anwendungsszenarien angeht, sieht die EU drei davon vor. Offen, spezifisch und zertifiziert. Für dieses Video beschäftigen wir uns mit dem Anwendungsszenario offen und den Unterkategorien A1, A2 und A3, die für die meisten Flüge für Imagefilme ausreichend sind. In Unterkategorie A3 darf deine Drohne nicht näher als 150 Meter an Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebiete oder unbeteiligte Personen heranfliegen. Für A2 entfällt der Mindestabstand zu den genannten Flächen und du darfst im Low-Speed-Mode bis zu 5 Meter an Menschen heranfliegen. In Kategorie A1 schließlich darfst du auch Menschen näher kommen und einzelner Personen überfliegen. In keinem der Szenarien darfst du über Menschenmengen, in Höhen über 120 Meter oder ohne Sichtkontakt zur Drohne fliegen. In der Videobeschreibung findest du weiterführende Informationen dazu. Mit Drohnen der Kategorie C0 darfst du auch ohne Führerschein in allen Anwendungsszenarien von A1 oder höher fliegen. Für alle anderen Drohnen brauchst du mindestens den kleinen Drohnenführerschein. Mit dem darfst du Drohnen der Kategorie C1 in A1 oder höher fliegen und alle anderen Drohnen in A3, also weit weg von Gebäuden oder Menschen. Den großen Drohnenführerschein brauchst du im offenen Anwendungsfeld nur, wenn du Drohnen der Kategorie C2 auch im Szenario A2 fliegen willst, also näher an Menschen heran möchtest. Eine Ausnahme gibt es noch und die betrifft Bestandsdrohnen, also Drohnen ohne C-Klassenzertifikat. Mit dem kleinen Drohnenführerschein darfst du Drohnen, die zwischen 250 und 500 Gramm fliegen, ebenfalls nach den A1-Regeln fliegen. Alle Drohnen über 500 Gramm, nur in A3, es sei denn, sie wiegen unter 2 Kilo und du besitzt zusätzlich den großen Drohnenführerschein, dann darfst du sie nämlich auch nach den A2-Regeln fliegen. Wenn du also zum Beispiel mit deiner Mavic 2 Pro, die knapp über 900 Gramm wiegt, näher als 150 Meter an Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebiete oder nah an Menschen heranfliegen willst, brauchst du den großen Drohnenführerschein. Aber Achtung! Hierbei handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Sonderregel. Ab dem 01.01.2024 dürfen alle Drohnen mit einem Gewicht über 250 Gramm, die kein C-Label haben, nur noch in der Kategorie A3 geflogen werden. Natürlich trotzdem nur mit dem kleinen Drohnenführerschein. Die gute Nachricht, alle Drohnen unter 250 Gramm Abfluggewicht dürfen auch weiterhin nach den A1-Regeln geflogen werden, unabhängig davon, ob sie das C0-Siegel haben oder nicht. Die Hürde für den kleinen Drohnenführerschein ist nicht sehr hoch. Gegen eine Gebühr von 25 Euro musst du einen Test auf der Webseite des Luftfahrtbundesamtes bestehen. Die Prüfung besteht aus ca. 40 Multiple-Choice-Fragen. Auf der Seite des Luftfahrtbundesamtes gibt es auch Trainingseinheiten und alle Infos zu geltenden Regelungen in Deutschland kostenlos und amtlich zuverlässig. Den Link zur Seite habe ich dir in die Infobox gepackt. Auch für den großen Drohnenführerschein, das EU-Fernpilotenzeugnis, werden dir keine unüberwindbaren Hürden in den Weg gelegt, vorausgesetzt du bist bereit, mindestens 90 Euro dafür zu investieren. Wenn du auf der Suche nach einer geeigneten und zertifizierten Prüfungsstelle bist, schau mal in die Videobeschreibung da unten rein. Dort findest du einen Link zu einer Übersicht entsprechender Anbieter. Einige wenige Drohnen wurden bereits nachträglich zertifiziert. Darunter auch Modelle der DJI Mavic 3-Reihe in der Kategorie C1. Um die Drohne tatsächlich in dieser Kategorie zu nutzen, musst du die Klassifizierung nachträglich durchführen. Dazu brauchst du im Fall von DJI die DJI Fly App, um dort ein Update auf deiner Drohne aufzuspielen und danach ein Label auf dem Gerät anzubringen. Egal ob du selber fliegen willst oder jemanden für Luftaufnahmen beauftragen willst, solltest du darauf achten, dass der passende Drohnenführerschein für die eingesetzte Drohne vorliegt. Immer wichtig ist die richtige Kennzeichnung der Drohne und eine spezielle Drohnenhaftpflichtversicherung. Wenn du überlegst, ob Drohnenaufnahmen für deinen Imagefilm wichtig sind, schau mal in unser Video zum Thema Imagefilmkonzept rein, das ich dir hier oben und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wenn du zum Thema Videomarketing auf dem Laufenden bleiben möchtest, lass uns ein Abo da. Bis zum nächsten Video von Mindnapped mit Videos mehr erreichen.